Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem PexTrader und heute habe ich mein 500 Abonnenten Special Video und ja, da möchte ich diese Stickerbox verlosen, diese Stickerbox, WorldCopStory. Insgesamt sind da 50 Tüten drin, A4 Sticker, also in jeder Stickertüte 4 Sticker und ja, diese Serie ist 1998 rausgekommen, also sehr schwer im Handel zu bekommen und ja, diese verlose ich für euch, weil ihr mich fleißig abonniert habt und könnte es auch noch fleißig weitergehen, hoffe ich mal. Und ja, hier die Boosterbox, Stickerbox, hier, mit Beckenbauer drauf und Maradona, Arteos, etc. Ist noch original verpackt, die lasse ich auch noch zu und ja, und es geht noch weiter, ich verlose diese ganzen Karten hier für euch auch noch. Hier haben wir Mats Hummels, Buffon, Aguero, Robinho, Wiedic, von den Champions League Karten waren es jetzt, von den Bundesliga Karten der Matchtech Serie 2013-2014, Kumbeda Starspieler, Milders Starspieler, Aubameyang, Lewandowski, Ter Stegen, Manuel Neuer, Benatira, Dickmeier und Mandzukic. Und dann verlose ich noch von den englischen Karten, 5 Kärtchen, einmal Dimitar Berbatov Starspieler, Pellegrini, der Trainer von Man City, De Jaga, Steven Gerrard und Alvaro Negredo. Und diese ganzen Sachen könnt ihr gewinnen, also die Stickerbox und die ganzen Karten. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist das Video liken und mich natürlich abonnieren oder auch Abonnent sein und in die Kommentare schreiben, ich mach mit oder ich möchte gewinnen. Und ja, dann schreibe ich die ganzen Teilnehmer auf und verlose dann an einen die ganzen Karten und die Stickerbox. Die Auflösung werde ich dann halt, die ganzen Namen, die Teilnehmer werde ich dann auf einen Zettel schreiben und dann, wie in der letzten Verlosung, werde ich halt einen Zettel ziehen. Ja, das war's denn eigentlich soweit. Und ich möchte mich bloß mal bedanken an die 500 Abonnenten, die ich bis jetzt habe und ich hoffe, es werden noch viel weitere kommen und dann würde ich sagen, war's erstmal hier das Gewinnspielen. Und ja, also wie gesagt, das Video liken, Abonnent sein und in den Kommentaren schreiben, ich mach mit oder ich möchte gewinnen. Ja. Das war's dann eigentlich und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und haut da rein, Leute, euer Pextrader. Ja. Ja. Ja.